Ich bin der Beat Schraner, ich bin der Flottenmanager in der Grünstadt Zürich. Wir pflegen alle Grünflächen. Das sind Friedhöfe, Sportplätze, Spielplätze, das sind Schulhausräume. Wir pflegen sie eigentlich. Scania bietet uns die Möglichkeit mit einem grossen Gasmotor, mit dem wir mit 100% Biogas fahren können. Bei uns fallen grosse Mengen an Grüngut an. Das sammeln wir mit dem Lastwagen ein, bringen das in Biogasanlage, die das für uns vergasen. Und dann kommt das Gas über Leitungen an unsere Tankstelle, wo wir den Lastwagen mit 100%igem reinen Biogas von unseren Abfällen betreiben. So können wir unseren Treibstoff selber produzieren aus unseren Abfällen und wir haben einen geschlossenen Kreislauf. Scania CNG Lastwagen erfüllt eigentlich sehr gut alle unsere Aufgaben, die wir mit dem tagtäglich machen müssen. Und er erfüllt auch alle Erwartungen in Bezug auf Lärm, Abgasemissionen und von der Leistung her. Die Stadt Zürich lebt besonders wert, dass wir ökologisch unterwegs sind. Und das ist auch richtig. Wir sollten eine Vorbildfunktion sein. Und mit diesem Lastwagen können wir das erfüllen. Und somit ist das ein idealer Fahrzeug für uns, um die tägliche Arbeit zu machen. Die Stadt Zürich lebt. Die Stadt Zürich lebt. Die Stadt Zürich lebt. Die Stadt Zürich lebt. Untertitelung des ZDF, 2020